So Leute, was ist da los gewesen? Wir spielen wohl erst jetzt Call of Duty. Man hat ein bisschen was verpasst, wir haben Panzer kaputt gemacht. Für alle, die das jetzt auf YouTube sehen werden, wir haben ein paar Minuten verpasst, aber irgendwie hat gerade die Aufnahme abgebrochen. Da muss ich gleich nachher mal gucken, was da los war. Ob der Stream kurz abgekackt ist, oder was da los ist. Wobei, ne, ich hab das ja gemacht, alles ordentlich. Weiß auch nicht, was da gerade war. Wir nehmen das zur Kenntnis und vergessen die Geschichte. Alter. Aber muss schon sagen, die Gegner machen ja schon echt Druck. Okay, wir müssen mal runter auf die Straße. What? What? Okay. Achso. Ich kann doch hier gerade irgendwas aufnehmen. Ach ja. Der wirft ganz gut, die Granaten. Das war ja gar nicht gewohnt. Ach ja. Shit. Oh, das überlebe ich. Scheiße, das überlebe ich doch nicht. Boah. Okay. Shit. Oh, das ist nicht mehr. Was? Hä, da hat er die Granate hingeschmissen. Na sei's drum. Alter. Absolut, fährt er jetzt in die andere Richtung. Nein. So. In der Gelände. Schön, dass ihr denkt, dass ich so gut auf dem Eis bin. Aber die anderen sind da deutlich besser. Oder einige. Ich bin nicht der Schlechteste, aber ich bin auch nicht der Beste. So. Sieg. Mission fortsetzen. Machen wir doch. Eine machen wir noch heute. Macht schon Laune. Das Rathaus. Es wird Zeit. Los jetzt. Lasst mich doch wieder jetzt einen Schluck nehmen. An diesem guten Fruchtgetränk. Das ist doch nett, dass sie wenigstens zu uns kommen, um zu sterben. Wie wäre es denn, wenn wir zu denen kommen müssten, dass wir sie abschießen? Oh, das ist ja nix. Oh, das ist ja nix. Oh, das ist ja nix. Neben diesen Fässern, rötet die Kommunisten. Feindlich ihn verletzt. Warte mal. Der Fässer, der, nördlich von uns, der macht uns keinen Ärger mehr. Oh, scheiße. Wir kommen, auf Heel zu sterben. Und wird euch mit Anstand und mit Gefühl. Feinde von der Züge in der LKW. Stabort. Der Haupthelfer wurde da. Meist nicht. Eine deutsche Patrouille. Dies ist das richtige Zeit. Sein Schicht. Bei den Graben. Na los, schaltet sie aus. Wenn der Kling vorbei ist, Ich will zu euren Familien zurückkehren. Schnell, nicht zu überlegen, hier sind die Zubatoren. Geht's weg, eure Männer. Eine Granate, kommt sofort. Alter, eine. Nichts 100. Scheiße, Mann. Kann ich hier nicht umgehen? Kann ich nicht so ein Duckjump hier ins Fenster machen? Die Kommunisten leben wie die Ameisen. Wie er will... Wir brauchen euer Feuer. Wir brauchen euer Feuer. Es wird Zeit. Los jetzt. Deutsche Gruppen, in der Nähe dieser Kiste. Besser du als ich, Deutsche. Er werft mir zu viele Granaten, das ist unfair. Ach komm schon. Und starte ich auch immer hier, die Stelle ist glaube ich echt heavy, und die ist ganz am Anfang des Werwigs. Deswegen schon die ganze Nacht hier sitzen. Oh nein. Alle, guckt euch das an. Ach Mann, hör. Oh Mann. Ah, schon wieder Granaten. Hätten die ihre scheiß Granaten nicht, wäre das alles nicht so schwer. Und das ist jetzt anders. Und das ist jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Wir sind jetzt hier. Granate! Granate! Brauch Deckung! Granate! Weg da! Feindliche Infanterie! Neben diesen Fässern! Maschinen gewehrt! Feindliche Infanterie! Feindliche Granate! Feindliche Granate! Feindliche Infanterie! Feindliche Infanterie! Neben den Satz! Schalte die Russen aus! So, jetzt aber! So, jetzt aber! Keine Enkel! Neben den Satz! Hörter die Kommunisten! Armin! Feindliche Infanterie! Neben dem Satz! Kommunisten! Neben dieser flachen Auer da drüben! Ich habe einen! Ich habe einen! Ich habe einen! Es wird zeitlos jetzt! Kommunistischer Kreuzer! Ich habe einen! Gott sei Dank! Ist endlich geschafft! Ich habe einen! Es wird zeitlos jetzt! Der sagt das auch immer mit so einer Überzeugung! Wow! Ja! Ich mag das Schießverhalten! Spiel gespeichert! Gott sei Dank! Ist der kaputt? Der ist kaputt! Der ist kaputt! Der Feind! Auf der anderen Seite des Panzers! Los, los, los! Mein Mann! 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 Deutsche Truppe! Nehmen die Wettergabe! Festlich von uns! Sowjetische Truppen! In der Nähe der 20 Dichter! Nehmen die Wettergabe! Sanitäter! Viktor! Denkungen in Prusen! Kommunisten! Ey, macht das schon! So! Das ist mal ein Door Breach! Ohne Slow-Mo, ohne gar nichts! Aber hier geht es nicht weiter, liebe Leute! Ah doch! So! Das sollte die letzte Mission für heute gewesen sein! War ein bisschen kürzer... Aber... So ist es halt, ne? Man kann nicht immer so machen! Aber bald ist Wochenende und ihr wisst, was Wochenende heißt! Ähm... Da wird dann wieder richtig ordentlich vom Leder gezogen! Vielleicht nicht ganz so heftig wie sonst! Aber wir werden auf jeden Fall Division spielen! Denn... Es ist ja auch so, ich muss trainieren am Wochenende! Nämlich schon und das wird ganz schlimm! Ähm... Aber schön, dass ihr dabei wart! Das waren wieder 15 Leute oder so! Das ist schön! Das zu sehr unheiligen, unchristlichen Zeiten! Unchristlich ist das Wort! Ähm... Doch noch Leute zu gucken! Da bedenke ich mich sehr viel! Äh... Fürs zu gucken! Ähm... Wenn ihr ein bisschen Geld locker habt! Eine Spende wäre cool! Ähm... Denn ich habe echt lang an dem Video geschnitten! Das ist immer so... Das ist immer so... Ganz komisch auf YouTube! Hey Leute! Gebt mir bitte einen Daumen nach oben! Ich habe echt lang an diesem Video geschnitten! Also finde ich es echt gut! Wenn ihr endlich mal einen Daumen nach oben geben könntet! Und schreibt was in die Kommentare! Und wenn ihr hatet! Ich finde es nicht in Ordnung! Ich habe mir da echt Mühe gegeben! Und... So ein Scheiß! Ja! Guckt auch auf... Streaming jetzt auf YouTube vorbei! Unsere Mediathek! Lasst da auch mal ein Abo da! Dass man da auch nichts mehr verpisst! Verpisst! Verpisst ihr euch! Ähm... Nichts mehr verpasst an Streams! Ähm... Soviel dazu! Das was von Call of Duty und von mir! Ich wünsche euch eine gute Nacht! Und bedanke mich fürs zu sehen! Bis auf dann! Das war doch mal ein schönes Ende! Sagt doch mal! Das war doch mal echt ein schönes Ende von mir! Ohne auch hundertmal mich zu bedanken! Und jetzt... Abscheiden! Das war doch mal ein bisschen... Abscheiden!